Hier ist der König der Popmusik, hier ist The King of Pop, hier ist Michael Jackson! Michael, es ist ein großer Wunderschönen und ein Wunderschönen! Let's talk a little bit about the new project. Please. Danke schön! Danke! Dankeschön! Danke! 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 Vielen Dank! euch, hört uns, Freunde, hört uns ein bisschen zu. Auch ihr da drüben, Seiko. Kommt, ihr Arme, er freut sich doch auch mal, wenn ihr ihm zuhört. So, er hat euch gesehen. Also, wir wissen ja, wir wissen, ihr liebt ihn. Denkt doch auch ein bisschen an Onkel Thomas. Ich möchte noch gerne was fragen. So, okay, also, komm, kurze Pause, kurze Pause. Kinder, muss ich wieder schimpfen? Also, lass uns. Eine Zangenbewegung, wenn ich die im Griff habe, dann sind die laut. Okay, also, Kinder, so, also, pass auf. So, lass uns zwei Sätze erzählen über sein neues Projekt. Es wird, pass auf, Kinder, ihr wisst ja noch gar nicht, was kommt. Er kommt nämlich, er hat ein neues, jawohl, wird geliefert, so. Er hat ein neues Projekt. Es wird zwei große Konzerte von und mit ihm geben. Eines bei uns in Deutschland, in München und eines wird es in Korea geben. Michael, ein neues Projekt von dir. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, so ein Projekt jetzt in die Welt zu rufen? Neu, dann, komm, ich erzähl euch ein bisschen was. Er wird also jetzt zu Michael Mandela, äh zu Michael. Er wird zu Nelson Mandela reisen und das ist für Dr. Er wird ihm dieses Projekt nochmal erklären und ich werde nachher auch mit Vertretern der Gruppen sprechen, die ihm dabei helfen, nämlich mit dem Roten Kreuz und mit der UNESCO. Michael, du triffst in Korea auf ein paar deiner Freunde, die du eingeladen hast. Pavarotti, Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, vielleicht auch die Scorpions. Wir freuen uns natürlich, dass du mit ihnen nach München kommst. Freust du dich auch auf München? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf München. So, jetzt kommt es. Mr. Morris kann dies vielleicht noch besser erklären als ich. Also, er ist der Chef der Plattenfirma. Und hier auch, mein Agent, der kann es auch gut erklären. Also, erzähl ein bisschen. Dies ist ein sehr wichtiger Abend, ein sehr wichtiger Anlass. Michael macht nämlich eines. Nämlich etwas Riesiges. Er gibt sich, wie er ist. Er gibt sich dieser ganzen Welt, wenn Sie so wollen, so wie er ist. Und es gibt eine ganz wichtige Botschaft hierfür. Nämlich mit dem Konzert in München und dem Konzert in Korea. Wir müssen eines wissen. Er will die Botschaft rüberbringen, dass Nord- und Südkorea wieder zusammenkommen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist der Grund, warum Michael diese beiden Konzerte gibt mit seinen Freunden, die Thomas schon genannt hat. Ja, Dankeschön. Michael hätte es selber nicht besser sagen können. Und deswegen, thank you very much. Dankeschön. Thomas, danke dir. It's my pleasure. Okay, Michael. It is a pleasure. And an honor, of course. Thank you very much. Okay. So. See you again in Munich on the 20th. Dankeschön. Wir haben. Michael, you remember Wetten, dass? Remember you've been with us? Grüß dich. Oh, Wayne. Get that one. Dieses Bild hätte ich gern. Dieses Bild, bitte. Dieses Bild, bitte. Okay. So. Einsammeln. Gut. Okay. Thanks for being here. Michael. Okay. Thank you. Okay. Okay. Be careful. Better go out this way. Okay. Hi. So. Okay. Dieses gefällt mir besonders gut. Das möchte ich jetzt hier zeigen. Okay. Also. Dankeschön, Michael. Thank you. Bye-bye. Moment, Moment, Moment.